Hey Leute und willkommen zu diesem neuen FMA. Ich bin's Carolina, ich bin gerade hier hinter der Kamera. Ja, hier seht ihr gerade Tinte und Rubien spielen. Äh, ja, das sind beste Freunde, die zwei. Und, ja, das sieht jetzt nicht so aus nach einem FMA nur mit Rubien. Aber das FMA so mit Rubien wird eigentlich gleich noch richtig kommen. Nur ich hab die zwei jetzt hier ein bisschen auf der Koppel spielen lassen. Und ich filme jetzt aber noch ein bisschen. So, da seht ihr, ich filme gerade. Hey, mein Großer. Probieren. Hey, Großer. Na, beachtet ihr mich auch wieder? Komm her, Tinte. Nein, du mein Schatz. Na los, lauf wieder. Tinte. Nein, es gibt keine Gärchen. Oh, warum gehst du rückwärts, Tinte? Schmeißt das Handy nicht um. Ach, jetzt lässt sich auch mal Rubien wieder zeigen. So, der Tinte ist wieder in seiner Box. Und den großen Tüch hinten putzen. Na komm. Brrrr. So, ich hab ihn auch jetzt hier angebunden. Und, ja. So. Ist gut, Rubien. Ach, Großer. Na, so trickig ist er aber auch jetzt nicht. Also, eine kleine Frage an euch. Wollt ihr ja ein FMA gerne mit dem Quentin haben? Äh, weil ich hab ja auch noch keinen FMA mit ihm gemacht. Auch nicht mit Ballando oder Baron oder Storm hat, äh, hat auch noch keinen FMA so, auf keinen Fall sozusagen. Und Mistral auch noch nicht. Und die anderen auch so jetzt nicht. Aber, ja. Aber erstmal würde ich dann mit ihm hier machen, mit dem Quentin. Und, ja. Aber jetzt weiter hier mit Rubien. Ich hab natürlich nicht alles mitgefilmt vom Putzen. Aber, ja. Dann tue ich den großen mal wieder an die Box. Na, Mann, Schutze. Ähm. Ja, das heißt, kein richtiges FMA so. Aber nur so ein kleines halt. Nun, ja. Los. Los. Das ist fein. Gut gemacht, Großer. Und, ja. Ähm. Seine Decke ist hier. Und, ja. Ich hab das hier grad aufgemacht. Weil, Kuki brauchte noch ein bisschen Futter. Und, ja. Jetzt muss ich das aber wieder zumachen. So. Und die Decke hol ich gleich mal mit. So. Der Rubien frisst jetzt. Und hat wieder die Decke an. Und, ja. So, Leute. Ja. Das war's jetzt mit diesem FMA. Es war zwar jetzt nichts so Besonderes. Aber, ihr konntet im kleinen Ausschnitt zu sehen, wie Rubien und Tinte spielen. Und, wie Rubien halt so von der Art ist. Und, ja. So, der Führstreck ist jetzt so bei Bella. Und, jetzt kümmere ich mich noch ein bisschen um den Baron. Und, ja. Bye, Leute. Hey, Großer. Hallo, mein Süßer. Hallo, mein Süßer.